Liebbar Bobbycar, ich fahr mit meinem Bobbycar. Liebbar Bobbycar, das klingt so wunderbar. Kurze Kampfansage an dieser Stelle. Am Donnerstag wird es ernst und gerade auch in Richtung Pär Eggers. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Also bis Donnerstag wird die Freundschaft beiseite gelegt, dann wird Gas gegeben und Pär, du weißt ja, mit dem Hintern immer schön auf dem Sitz. Also, Olli und ein Netter, da könnt ihr euch richtig anschnallen. So wird das Laufen am Donnerstag. Ich mache euch lang, weil da wird Masse entscheidend sein. Ihr macht euch immer lustig, aber am Donnerstag, da hören wir uns wieder und da werdet ihr weinen, denn dann bin ich als erster unten. So, Jungs, ich gewinne das Rennen, weil ich nämlich den besten Trainer der Welt habe. Und mein Sohn, der ist sechs und der kann richtig gut Bobbycar fahren. Der bringt mir alles bei und auch die fiesesten Bodychecks. Für eure Quetschungen und Blutungen hinterher habe ich schon mal eine Pulle Anika besorgt. Für die Tränen, die trocknen müssen, Taschentücher. Also, Radück-Rakete rockt das Rennen, das ist mal klar. Liebbar Bobbycar, ich fahr mit meinem Bobbycar. Liebbar Bobbycar, das klingt so wunderbar. Liebbar Jesus, das klingt so buenos und gab es schon mal. Aber ich habe mich auch ganz reformiert. Vielen Dank.